Ihr habt es schon sehr gut gesungen heute, aber ich würde mich freuen, wenn ihr jetzt beim nächsten Song genau so gut kriegen wie das. Ich habe gesagt, du brauchst es jetzt, du kennst den Text. Schauen wir mal. Herr Liesinger, danke Kinder für den Sound. Das ist unglaublich nett. Sehr geil, danke. Vielen Dank. Ich habe meine Mutter von einem Vorfeld mitgebracht. Börlens sind schon ganz gut. Echt, ja. Aber ich schweige dir die Frage. Es ist in Österreich die Schocken. Das ist in der Hand von mir. Danke. Sie sehen uns gerade hier. Vielen Dank. 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 Musik Ich dachte, ich kann es noch ein bisschen länger durchziehen, aber jetzt ist er eingeschlafen. Stimmt natürlich nicht, aber es ist schön, wie alle gespannt darauf warten. Vielleicht können wir das zusammen machen. Es ist ganz einfach, wie die Leute, die es ins Licht gehen, die flütteln zusammen. Und dann fangen wir wieder an. Können wir das gemeinsam schaffen? Ja. Ja, das ist okay. Wir machen es so. 1, 2, 3, 4. BIMA, LEHRN, SO. Okay, so machen wir es. Okay. Und jetzt einmal eben schön, wie beim Fest, vor der Schule, wenn du zu Hause lerne, dann schön schreibe. Okay, dann probiere ich es. 1, 2, 3, 4. BIMA, LEHRN, SUMMAR. BIMA, LEHRN, chatty insetzt. BIMA, LEHRN, datos. SORPN, BLAST, instalments. Vielen Dank. Ja, 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 ja.